Und Damen und Herren, herzlich willkommen. Das Team wieder fit gespritzt, eine neue Fitnesskarte aktiviert und ich bin gespannt, ob wir im heutigen Match mit unserem neuen Topster James Rodriguez ein bisschen mehr Gefahr ausüben können. Gegner hier, wahrscheinlich, weiß ich nicht, hat ihm mein Chili Mini nicht gefallen oder der Teamname, wo man dann eben sieht, dass es sich um einen Account handelt, wo Coins gekauft wurden. Ich weiß es nicht. Generell, ihr wisst das ja, wer Coins kaufen will. Auch jetzt am Ende vielleicht noch sich ein schönes Team zusammenstellen. Ihr könnt das Ganze über meinen Link unten machen, damit könnt ihr mir ein bisschen um die Arme greifen und für euch wird es auch nicht teurer. Und wir haben hier A gegen Heidenheim, also einen deutschen Gegner mit Lille AC, heißt sein Team 84 Rating und haben hier Serie A mit Buffon, mit Tevez, mit Pirlo, mit Vidal, der es bei Bayern spielt, mit El Jaravi, der es in Frankreich ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit Ashley Cole und wie es nicht alle heißen. Also ein klassisches 4-3-3, insgesamt 84 Rating. Cellini in der Innenverteidigung ist sicher ein richtiges Biest, der wird meinen Jungs das Leben schwer machen. Aber ja, ich werde mein Bestes geben, um ihnen das Leben schwerer zu machen. Und es geht hier gleich mal los mit ordentlichen Latenzproblemen. Das merkt man immer daran, nicht nur, dass es ruckelt, sondern wenn man drückt und es passiert, deutlich später ist was. Ich hoffe, das fängt sich jetzt gleich hier noch. So, Griezmann weicht jetzt hier gleich mal zu Beginn auf den Flügel auf. Combat Kit 90. So, Buscats, wir schlenzen. Oh! Das hat doch, glaube ich, den Pfosten noch touchiert. Sergio Buscats. Hören wir da auf, wo wir im ersten Spiel angefangen haben. Viele, viele Distanzschüsse, wo keine reingingen. Ich hoffe, das wird es in diesem Match nicht so. Aber lecken tut es wie Sau. Und die Latenz war, dachte ich, eigentlich gut. Eigentlich. Ja, schau mal, wie sich die nächsten Minütchen noch entwickeln. Abbrechen für mich keine Option. Das gehört sich einfach nicht. So, und jetzt Griezmann. Der war zu langsam. Schade. Und der Kieper fällt über Antoine Griezmann. Und wir probieren den Lupfer. Oh, mein Gott. Was ist denn nur los mit Buscats? Schlechter Abwurf von Kieper und fast direkt bestraft. Aber auch eben wieder nur fast. Und Kopfball Richtung Griezmann. Und Griezmann lauert dann noch im Abseits. Ein Stürmer, der hier zu langsam mit zurückläuft. Deswegen, ja, gab es da gleich die Bestrafung, wenn man es so nennen will. Auf den Fuß. Und Kroos fängt den Ball hier ab. Und wir haben hier Antoine Griezmann. Der hier gut rumkurft. Aber Das ist doch jetzt ärgerlich. Warum muss das hier jetzt lecken? Und da gibt es nur einen Sieger. Sehr stark gemacht. Und James Rodriguez lässt sich hier ganz schön fallen. Aber wenn dann ein Buscats mit nach vorne geht, dann füllt er da mehr oder weniger die Lücke. Und Otamendi zum zweiten. Vela mit ein bisschen Platz. Wir legen aber nochmal ab. Er wollte den Doppelpass machen. Und Er steht auch nicht mehr der Schnellste. Vela überläuft ihn. Flanken mal in die Mitte. Oh, kein Abnehmer da. Ja, Kopfball technisch. Also Griezmann kann sich erköpfen. Aber ich denke, es ist nicht der Überkopfballspieler. Und Tevez wollte sich durchtanzen. Haben wir aber nicht zugelassen. So, das ist also das Bällchen hier mal ein bisschen laufen. Und schauen, dass wir da wieder was Schönes nach vorne aufbauen. Oh, groß. Die Klebe war aufgezogen. Das hat mich das letzte Mal doch sehr gewohnt, dass wirklich keiner von den Distanzschüssen reinging. Würde ich diesmal besser machen. Langer Ball. Otamendi. Da muss der Bravo eingreifen. Gefährdiger Schuss von Tevez. Obwohl eigentlich der Winkel recht schwitz war. Ja, das gibt dann echt mal. Ah, die Lacks sind wirklich mega widerlich. So, jetzt machen wir mal einen weiten Abschlag von Bravo Richtung Griezmann. Gegen Barzali. Und wir erlaufen den. Nehmen hinten nochmal alles mit, was geht. Neymar. Oh, ganz starke Parade von Chan-Luigi Buffon. Schön gemacht mit Neymar mit dem Außenriss. Und wir haben jetzt hier Aspliqueta. Chipen wir in die Mitte. Auf Wähler. Und der war gar nicht so ungefährlich. Der Kopfball. Und mit groß. Schon wieder die Klebe aufgezogen. Aber wieder im letzten Moment den Ball vom Fuß stürzt. Und hier ein schönes Tackling. Sodass wir gleich wieder in die richtige Richtung können. Lange Ball auf Wähler. Und das hätte fast Elfe gegeben. Aber das Tackling dann im richtigen Moment nochmal abgebrochen. Und ja, die Verteidigung scheint hier ein wenig überfordert zu sein. Zumindest wenn man anschaut, wie sie so agieren. Oh, da ganz schlecht aufgemacht. Schöner Schlenzer, aber leider aus seiner Sicht ein bisschen zu hoch angesetzt. Mir soll es recht sein. Ja, und man gewöhnt sich dann doch ein bisschen an das Gelegen. Wobei es jetzt klopft, 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 glaube ich einigermaßen beruhigt hat. Keine Ahnung, was da los war. So, Piquet hier. Stark den Ball zurückerobert. Und schauen wir mal. Ne, Mann, mit James. Ball in die Hacken. Und nichts richtig behauptet. Und Tavis tankt sich hier durch, als gäbe es kein Morgen. Nächster Schuss. Aber der war auch ungefährlich. Einfach deutlich zu hoch. Aber es geht hier munter rauf und runter. Bisher hin und her. ohne, dass wirklich so die Riesen-Tor-Chance dabei war. Schauen wir mal, ob das bei dem Angriff besser wird. Kram, als Tavis. Es führt den Ball wirklich auch sehr nice. Also das kann ich schon mal sagen. Und man merkt. Ah, Neymar kriegst man in die Hacken. Das kam jetzt leider schon zu häufig, häufiger vor. Und er arbeitet hier viel mit L1 und Dreieckpässen. Er sucht El-Sharavi. Ein schöner Ball auf El-Sharavi. Aber Alves war zur Stelle. Hat den Ball geblockt. Und man merkt also die letzten Spiele inklusive dem die letzten Zeit sind wirklich deutlich knackiger. Also die Gegner als hier in Liga 7 machen einen deutlich stärkeren Eindruck als zuvor. Liga 18 wäre wirklich wunderschön. Oh, bravo. Den müssen wir fast bravo ankreiden. Also Strafraumbeherrschung sind wir ehrlich. Sieht anders aus. Wir schauen uns er wird denke ich je eine Wiederholung laufen lassen. Tavis konnte dann ins leere Tor einschieben. Die Aalener Fans im Barca Trikot jubeln. Schaut euch da den Keep an. Ja, irgendwie ganz unten durch. Das war schwach. Und damit kurz vor der Halbzeit das 1-0 was natürlich besonders bitter ist. Aber ich werde mein Bestes geben das zu drehen. Also eine Niederlage wollen wir hier eigentlich nicht. Kann natürlich immer mal passieren gar keine Frage. Aber Neymar das ist doch die Antwort. Was ein Traumtor. Und sogar für alle Trickfetischisten ein paar Tricks mit drin. Nichts besonderes. Oh, kurz geschaut. Und Oh, war der schön. War der schön. So antwortet man meine Freunde. Wunderschön. Und schon macht FIFA wieder Spaß. Und gleich das nächste Fragezeichen. Grießmann aber hier geblockt. Wollte schon sagen, bleibt im Ball besetzt. Tut er in dem Fall leider nicht. Und jetzt aufpassen, dass es nicht vor der Halbzeit okay, er will irgendwie wechseln oder irgendwas machen. Dass es nicht vor der Halbzeit noch das 2-1 gibt. Finde ich auch so unnötig. Eine Spielminute vor Ende, was real vielleicht ein paar Sekunden sind. Ins Pausen. Klar, es kann die Haustür klingeln, es kann das Telefon klingeln. Dann sehe ich dem natürlich nach. Aber werden wir nie erfahren, was das am Ende war. Hier sehen wir Sicherheitspersonal grafisch deutlich noch verbesserbar, wenn wir ehrlich sind. Aber, ja, wir schauen mal, was er da vorhat oder was er da abändern möchte. Das ist halt so ne... Das ist einfach scheiße. Da kannst du nicht... Oh, alte da... Und das noch wiederholen, richtig unsportlich. Richtig unsportlich. Aus der Pause heraus, aus dem passierten Bildschirm, sowas ist zum Kotzen. Sowas ist zum Kotzen. Kann man nicht anders sagen. Sowas ist schlichtweg zum Kotzen. Mama Mia. Da kriege ich einen Hals. Aber bringt am Ende nichts. Ruhig bleiben, weiterspielen. Und vielleicht noch... Elfer. Und das muss Rot geben! Und es wird wieder nur Gelb geben. Hätte nur noch einschieben müssen, Cialini. Wahrscheinlich gibt's nicht mal Gelb. Jetzt hoffen wir, dass wir zumindest hier gleich anschließen können. Rodriguez durfte das letzte Mal ja schon schießen. Schauen wir mal, wie muss diesmal machen. James. Rodriguez. Kiva bleibt stehen und 2-2. Weiter geht's! So. Wäre doch gelacht. Krankes Match. Krankes Match. Und es wird hier mit El-Sharavi nicht durchtanzen. Nein. Toni Groß. Candreva. Einmal zweiter Stock. Und jetzt haben wir die Halbzahl. Gut. Die ausreichende Gerechtigkeit würde ich es mal nennen. Immerhin. Immerhin etwas. So, was haben wir? 6-6 Schüsse. Mehr Ball wird jetzt schlechte Passgenauigkeit. Nur 53 Prozent. Leitung. Gleich mal hier auf den Schreibtisch klopfen. Hat sich gefangen. Läuft flüssig. Und ich hoffe, das bleibt auch in der zweiten Elf. So, dass wir es da im Prinzip bei 0 anfangen. Steht 2-2. Also unentschieden. Ein Punkt wäre zu wenig. Ich will natürlich wieder drei Punkte. Schauen wir mal, dass wir da hier gleich voll durchstarten können. Und uns wichtige drei Zähler auf dem Weg Richtung Road to Division 1 sichern. Müssen wir mal schauen, was dabei rumkommt. Und da scheint wieder ein paar Änderungen vornehmen zu wollen. Oder man muss kacken. Oder ich weiß es nicht. Wahrscheinlich letzteres. Weil gewechselt wurde nicht. Ob er es Anweisungen gegeben hat oder die Aufstellung angepasst, werden wir nie richtig erfahren. Aber ist auch nicht so tragisch. Riesmann hier in die Lücke. Aber Cialini zur Stelle. Der Köpf nicht im Kopf, sondern mit seinem Riesenzinken. Nein, will er keine bösen Witzen haben. Ist ein sehr guter Innenverteidiger. War ja auch sogar mal bei Bayern im Gespräch. Und stark von Otamendi. Und da habe ich zu lange gebraucht mit Neymar. Da wollte ich unbedingt auf Griesmann. Und dann, ja, hat man ein Gegenspiel nicht mehr im Auge gehabt. So, kann Dreva und Neymar geraten hier ein bisschen aneinander. Aber scheint sie schon wieder durch zu haben. Und jetzt haben wir hier Neymar. Gar keine Chance Pace-Technisch. Und in der Mitte kriegst man. Jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Ah, das war schlecht. Das war schlecht. Da hätte mehr draus passieren müssen. Und das war noch schlechter. Tevez, der war aber auch schlecht. Müssen wir offen sagen. Gut, der hat direkt abgezogen. Von daher kann man vielleicht ein bisschen sich wieder schönreden. Aber war ein schwacher Abschluss von Carlos Tevez. Aber er hat ja leider auch schon gezeigt, dass er es besser machen kann. Und im Mittelfeld geht es hier jetzt recht rustikal zur Sache. Und Otamendi ist da, wo er sein soll. Und Bravo. Ah, fast wäre er Rodriguez nochmal an den Ball gekommen. Und Piquet stürmt hier aus der Innenverteidigung raus. Was Gott sei Dank keine Folgen hat. Und ich weiß nicht, ob er sich auf Abseitsfalle spielt oder... Boah, nervt das. Solche Gegnern eröffnen an. Ich hoffe, als Strafe können wir ihn besiegen und mit dem ständigen im Pausen-Menü wechseln. Oder er macht da wirklich solche Anpassungen. Weil insgesamt merkt man, ja, dass sein Team ist eher wieder ein bisschen offensiver. Ausgerichtet ist. Oder eben, ich weiß nicht, irgendwelche Special-Anweisungen getätigt wurden. Ich probiere sie bestmöglich zu ignorieren, um ein Ding zu machen. Und möglichst schnell das 3-2 zu erzielen. Rodriguez. Also was mir auffällt, er lässt sich wirklich immer sehr weit fallen. Vielleicht soll ich ihm die Anweisung geben, ein bisschen offensiver zu agieren. Wobei, wenn er hier nach hinten mitarbeitet, ist es ja auch nicht schädlich. So, Piquet und Aspikrette auf dem Flügel. Es fehlt Piquet natürlich in der Mitte, aber Alves, auch wenn er kein Kopfball ungehört ist, klärt das hier. Riesmann läuft in den Spieler rein, kriegt den Vorteil, jetzt wird er abgepfiffen. Combat Kit 90. Ich tippe mal auf 90er Jahrgang. Sergio Busquets. Oh, ganz schlacher Ball. Und Piquet gegen Carlos Tevez. Stark abgelaufen. James Rodriguez. Und Riesmann vergisst den Ball. Ah, wir haben ihn wieder. Und Antoine Riesmann. So, das war perfekt vorbei. Und jetzt Busquets. Abraller, Neymar. Was der da rausfischt, dieser Buffon. Was eine Sau. Gut, der Schuss war es nicht besonders gefällt. Gefährlich, aber Neymar, fast an drei vorbei. Bin am Ende aber doch hängen geblieben. Und da haben wir schon wieder Tevez. Aber Astruqueta hat mitgedacht, dann macht er das hier ganz stark. Und der kommt, der rollt. Busquets und groß mit nach vorne. Und Piquet wieder schneller als Carlos Tevez. Und jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. wird es dann langsam Zeit, dass wir ein Türchen schießen. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. so, so, jetzt schauen wir mal. Alter, durch die Grätsche bricht der ab. Ich könnte kotzen. Oder einfach zu lange gedauert. Kann man auch wieder sehen, wie man möchte. 10 Minuten haben wir noch. Das ist mal gut hier. Viel Hickhack jetzt im Mittelfeld. Gar nichts. Ich stehe auf, du Lappen. Das war glaube ich El-Jarabi. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Und es ist noch alles drin. El-Jarabi. El-Jarabi. Ja, da fehlt natürlich der Pace. Aber Neymar mit einem starken Tackling. Wir schicken noch mal Busquets auf die Reise, legen in die Mitte, legen noch mal rüber und der kommt dann leider nicht mehr an. Und Rodriguez Eiltschner wird nach hinten. Und das war abseits von Tervés. es war noch 5 Minuten. Es rennt uns langsam die Zeit davon. Ah, vielleicht 1, 2 Angriffe. Neymar lässt sich den Ball wegstürzen. Unnötig. Aber die Bälle macht er gut. Die hat er schon ein paar Mal. Jetzt mal schräg in den Strafraum rein. So, mit Wähler. Jetzt treibt man das Ding nach vorne. Cole zieht. Du Arschloch. Nicht mal Gelb. Ganz ehrlich. Wir probieren den Chip über die Mauer. Neymar. Was war bitte das? Im Fallen vorbeikullern lassen. Ach Gott, das wäre es doch gewesen. für jeden Torhüter. Gernio ist gehalten, ein Augenschmaus. Und die Grätsch war wichtig. Oh, danke, Bravo. Bravo. Klasse Parade. Oh Mann, jetzt wird es hier am Ende nochmal unnötig spannend. Otamendi. Aber, wow. Machen wir der Chip in die Mitte. Und das war's. Heiliges Blechle. 1-2-2. Unangenehm. Unangenehmes Spiel. Unangenehmer Gegner. Muss man hier ganz klar wieder festhalten. Und leider nur ein Punkt. Das haben wir. 5 Punkte aus den ersten 3 Spielen. Ist sicher okay. Aber in Liga 7, ja, also Rodriguez noch nicht so richtig eingeschlagen. Auch wenn er mal wieder einen Elfer gemacht hat. Alle Tore in der ersten Halbzeit. Zweimal Tevez, einmal Neymar, einmal Rodriguez. Ich habe aber glaube ich auch nicht so gespielt. Rodriguez wieder Mann des Spiels. Was sagen die Statistiken? Acht. Weniger Schüsse, weniger Ballbesitz, gleiche Passgenauigkeit. Also, kann mich dann fast wohl damit zufriedenstellen. Yo, ich bin gespannt, ob es beim nächsten Mal wieder ein 3er wird. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.